gut ja herzlich willkommen hier zu einem diablo 3 stream gut ja part 4 glaube ich mit ich muss gleich mir anmerken ich habe eben erst festgestellt dass ich gestern überhaupt nicht zu hören war ich hatte gestern ein anderes mikrofon angeschlossen ich habe jetzt wieder mein älteres headset mikrofon dran was man an der stimme wahrscheinlich gleich hört aber es funktioniert wenigstens ordentlich das andere mikrofon weiß ich nicht warum ich habe gerade festgestellt es hat gestern überhaupt nicht meine stimme aufgenommen ich vermute ich habe obs falsch eingestellt gehabt ja gut dann gab es gestern dreieinhalb stunden nur die anderen beiden zu hören ich lasse es deswegen trotzdem auf twitch online und so weiter wie ich das denn nachher mache wenn ich auf finde ich das auch wenn ich die folgen auf youtube bringe davon das weiß ich noch nicht das muss ich überlegen wahrscheinlich werde ich das dann einfach anmerken für die ich mache glaube ich halben stunden parts mit dreieinhalb stunden sind das fünf part da merke ich das dann an 57 verrechnet ja eigentlich spielen wir ja wieder diablo mit dem guten brick zusammen habe wie man gerade bei ihm auch auf dem stream channel sehen kann hat er gerade eine meldung eingeblendet dass er zum mediamarkt fährt und sein headset umtauscht ich weiß nicht was da los ist weil ich konnte noch nicht mit ihm sprechen darüber aber ich denke mal dass er bald kommen wird ja ja ich rede schon ein bisschen mehr als sonst aber weiß nicht irgendwie ich mag das spiel ja bloß drei sehr aber während brigg sich dann noch mit anderen unterhält auf über den discord und so fällt mir nicht so viel zum quatschen ein und hier im chat ist leider ja noch nicht so viel los ist weil ich naja hier sind nicht viele leute online die das hier mit ansehen gerade finde ich schade aber gut mich kennt halt noch keiner hier auf twitch zumindest meisten die momentan mir folgen hier sie sind kommen ihr vom minecraft kubination server während brigg halt schon den vorteil hat dass er ein paar leute über discord von grond kennt und so das ist gerne ich halt nicht da muss ich erst irgendwie hin daherkommen er ist mir irgendwie ein schritt voraus ja gut gut mal sehen aber nichts desto trotz wir gehen dann schon einmal online ja gut was ich noch sagen kann soweit ich gehört habe hat der gute break ist gestern und auch der gute roby weil ich ihn gerade da online sehe der hat es geschafft wir haben gestern hier noch zum schluss was ihr gesehen habt ihr bauen sie es gemacht auf 13 und da müssen wir noch mehr machen von ich hatte die einmal hier reingelegt und was ihr ja nicht gehört hat man dafür das ganze investieren hier fehlen mir noch zehn solcher bauty tun aber ich habe von blick gehört man sollte lieber auf vorsicht gehen um diese weil wir müssen 50 millionen gold auf einmal kriegen das heißt wir brauchen hier wir brauchen quasi noch eine ganze truhe beutet ruhe voll nur damit blick meinte jedenfalls das wäre besser weil er hat wahrscheinlich alle er hat wahrscheinlich zwei inventare nacheinander komplett aufgemacht und dann ein gesammelt da hat er den rekord die ich die rekord sein die anforderungen gehabt ja deswegen mal schauen ob wir das auch so hinkriegen und ich sehe gerade ich habe hier noch ein paar sachen ich werte da sind ich hoffe doch dass bei den ganzen bautisten irgendeine setteile drin sind weil ich wollte ja mein set umstellen aber das kann ich halt gerade noch nicht so mal sehen dass kein weg das kann auch weg das kann auch weg das kann auch weg das habe ich sogar noch liegen das können als auch weg das ist recht denn nicht das ist ja so ein stein ja genau ich hatte heute früh offline auf screen quasi schon mal zwei nefalen portale gemacht zwei große daher die beiden steine und auch diese items ja gut die beiden steine den her den brauche ich sogar für dieses set was ich jetzt gerade habe aber das problem ist ich habe diesen windrosen stein der ja der keine fertigkeit hat ich glaube atem des todes fehlt mir habe ich hier noch irgendwo die windrose liegen ich hatte die doch noch focus 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 versuch mal den den er kommt wie gesagt dahin den brauche ich für das aktuelle set ja noch rede ich hier alleine break wird denke ich mal nachher auch da sein wir hatten ja schon gesagt aber irgendwas stimmt wohl mit seinem headset nicht deswegen so was haben wir denn hier auf was gehen wir jetzt er daran glaube ich ja bis wohl besser ja wir haben glaube ich jetzt paragon level 402 sogar dachte nur 401 mal gucken liegen denn um der doch nein hier liegen der umschmieden schmieden okay gut das könnte ich machen wenn wir die bounties öffnen aber ich brauchte ja noch nein da so gut ja und sich muss ich halt jetzt noch diese edelsteine aufwerten für die aktuelle quest muss ich die hier glaube ich auch vom jahr genau hier auf 35 aufwerten der hier ist schon aufgewertet 45 den da soll quasi der da hoch der da rein dem der hier gehört quasi da rein aber der hat leider keinen sockel der ring und wir wollen kann ich den ja nicht haben wir gerade gesehen das wird dazu die bauties öffnen müssen ja aber diesen schwierigkeit gerade jetzt schaffe ich halt noch nicht dafür muss ich den auf jeden fall noch erhöhen durch nicht von den portalen und ja spur des abenteurer ist ja das schon edelsteine drin jetzt heißt der rache aber der ist noch zu schwach der hat nur stufe 22 und ich brauche davon aber auch 35 den muss ich auf 35 kriegen und den hier der ist schon den aber fürs nächste level weil ich also die season möchte ich gerne so weit machen champion machen würde krebs und hässlichen portal haben naja gut hässlich ist ja nicht unbedingt aber wir kriegen einen portal haben und ich glaube in der nächsten stufe das war das schon der zerstörer ich glaube ja da kriegen da würden wir dann nachher nämlich glaube ich dass das ist schon die stufe war wo man noch ein schatzthron slot frei kriegt gratis hier so so eine truhen box und die möchte ich auf jeden fall haben und so lange werde ich auch die season spielen danach mache ich einfach nur noch ein bisschen mit rumlaufen oder macht vielleicht noch einen zweiten char das werdet ihr dann schon sehen bzw werde ich euch dann erzählen falls bis dahin sogar leute hier zugucken momentan guck nur ich hierzu ähm könntet ihr dann sogar einen char auswählen den ich dann in der season noch ein bisschen leveln würde was ich noch gar nicht in meine gelevelt habe und gespielt habe bis jetzt ist halt ein barbarn hexen doktor habe ich mal ausprobiert aber da der frisst so viel mana zeugs und mir gefällt die skindles überhaupt nicht deswegen habe ich das sein lassen ja gut wie gesagt auf qual 10 komme ich gerade so durch momentan ja weil mir halt dieser stein fehlt er ist ganz wichtig weil ich ja das begleiter set an habe hier und der hier verstärkt er den schaden in meine gefährten machen und deswegen der ist ultra wichtig aber ich habe ihn leider noch nicht aufgestuft weil ich ihn erst bekommen habe heute ja wie gesagt ansonsten wollte ich das set nehmen von dem kann ich aber kurz zeigen ein paar teile habe ich ja schon mir von dem solchen set nenne ich sie jetzt einfach aber da fehlen mir hat noch drei teile oder die ich habe die beine die körper fehlt mir der kopf fehlt mir die hände habe ich die füße habe ich die schultern fehlen mir auch noch wusste ich gar nicht also ich habe sogar noch drei sachen bei dem set das ding hier kommt glaube ich in den nebenhand bei in dem set das ding kommt in den würfel oder das glaube beides sogar je nachdem ob ich auf stärke also auf schaden oder ob ich auf geschwindigkeit gehe weil das besondere an diesem solchen set ist man kann das relativ schnell anhand von kleinen 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 sachen wie eben die waffe oder die ich glaube eine von den beiden war das da kann ich zwischen schaden und geschwindigkeit auswählen und habe aber das hauptzeit trot diese solchen sehr trotzdem noch komplett an aber so nützt mir deshalb noch nichts hier dass sie gebrauche ich auf jeden fall dafür in dem set und das und das soweit habe ich schon gelesen aber mehr habe ich noch nicht gefunden ich denke und hoffe dass in den bounties die wir hier liegen haben ein paar sachen da drin sind wenn nicht sogar alle die mir noch fehlen vielleicht ja sogar auch der ring der mir noch fehlt also wie gesagt ich brauche diese windrosenring aber in mit sockel und ich brauche aber auch die fähigkeiten die auf dem hier drauf sind und kann deswegen keine ich könnte die erfahrung da beim sekundär zum beispiel austauschen aber da kriege ich kein sockel für und das nützt mir dann nichts bei dem anderen kritischen treffer schaden oder reduziert die abklingzeit das brauche ich alles und auch die geschwindigkeit damit ich überhaupt mit bieten mithalten kann brauche ich dann alles für zurückhaltung habe ich momentan bloß einfach drin weil es auch noch ein bisschen treffer schaden der kritische treffe schaden erhöht aber an sich kommt da ein ring rein dessen namen ich kaum aussprechen kann kürbis gott wort war das kürbis rache oder urteil genau kürbis urteil oder wie so ähnlich heißt dieser ring habe ich auch noch nie gesehen ich habe den auch noch nicht mal 19 sind gehabt den ring der sogar besonders den brauche ich für beides jetzt ja ob ich jetzt jetzt spiel ich ja quasi den padmaster gerade jetzt spiele ich ja quasi gerade den padmaster und auch wenn er nur zur hälfte fertig ist also mal zur hälfte nicht aber wie gesagt dadurch dass hier nicht die richtigen ringe sind also hier fehlt der und hier fehlt der richtige ring dadurch ist das hat nicht stark genug und bricke sonne line ich schreibe immer auf discord an da ich sehe es auch gerade in seinem stream ich habe wieder nachricht ich weiß nicht wo ich bin gerade verwirrt er ist verwirrt ok auch gut hallo 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 das bild ist ja krass die kamera bei mir gerade du hast eine kamera da sehe ich gerade das blaue school oder setz hat auch was war denn damit das hatte kabelbruch und das habe ich erst neu gekauft cool oder ok ich habe meinen zuschauern also mir selbst schon mitgeteilt dass du wohl gerade weg bist weil ich gesehen habe in deinem stream dass da stand bin bei mediamarkt headset umtauschen ja ja disco ok jetzt macht der disco nicht das war einfach behindert eben wieso das denn warum weil meine alten kopfe haben geist aufgegeben ok ich muss mal immer mal sensibles lichter machen das intensive ist das für farbe das grün sensibilität ganz genau sehen warte mal muss ich mal mal über ob es gucken da ist ganz kleiner schlitz da kannst du kann man nicht sehen ich nehme mal meine hautfarbe meine blasse leiche nehme ich mal das hintergrund ja kann man sehen ganz da genau ja ich sehe es und da ist er durchgebrochen eben als ich von der toilette wiedergekommen bin das heißt ich habe wahrscheinlich so doll ins becken getobt dass das tier durchgerissen ist druckwelle das war eigentlich so leise schütte achso es sind ja neue kopfe ich muss sie wieder umstellen ja sag mal bitte was ja hallo ich bin da hallo test test ja so ist gut gut äh so und dann habe ich die anderen aufgesetzt und habe mitbekommen lol der ist ja auch nur eine muschel ja hat er da auch gleich ausprobiert bei mir ja markt und hat dann gesagt ja ist richtig war eine muschel toll die waren neu hast du gesagt die waren gerade neu ja das waren die die ich gesagt hatte die ich mir noch gekauft habe mit dem mit meinem kontrollischen ja ja ich glaube keine lust mehr ja das glaube ich dir ey du hast dein set ja voll so gesehen ja aber mir ist aufgefallen warum ich nicht soviel schaden mache mir fehlt unbedingt äh meine ringe ich habe einen falschen ring ich habe dafür bloß einen ersatz gerade drin und dann fehlt die fehlt mir noch ein fehlt bei dem anderen ring ein sockel und ich muss halt diese dritte bildschirm an und ja mach das und wo das deswegen weil die ringe sind bei die edelsteine die ich ja da rein tun muss die sind bei mir essentiell wichtig damit mein patcher schaden macht und ich habe den ring aber noch nicht gefunden bisher den ich brauche den ein und der andere will einfach keinen sockel kriegen kann man das eigentlich lesen da über meine webcam was da steht deine facecam meine facecam ja kann man lesen guck mal nicht da ran genau dann hängt das nicht so fair an so einem bild ah deswegen hast du so viele leute schon bei dir follower weil du eine facecam hast die hat nicht jeder ich habe eine gesichtskamera ich muss den sound umstellen eine fräsekamera ich höre gerade keinen sound ok das ist nicht gut dass du keinen sound hörst doch aber ganz 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 leise du müsstest mal für mich einmal im im dings jetzt nachgucken im stream ja wie laut das alles ist im vergleich so ok du müsstest mal für mich einmal im 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 das kann auch sein das weiß ich nicht ok ok ich höre mich in deinem stream etwas lauter als dich selbst etwas lauter sogar noch warte ok ich höre mich in deinem stream etwas lauter als dich selbst dann mache ich so etwas dann mache ich die musik wieder ein bisschen runde das war falsch und dich mache ich wieder etwas leiser dann mache ich so dann mache ich die musik wieder ein bisschen runter und dann mache ich das spiel wieder leiser das war so und dich mache ich wieder etwas leiser ist die musik denn wieso wird die mal lauter so und dann mache ich das spiel wieder leise jetzt sagen wir mal bitte wie das eigentlich auch noch wieder ist die musik jetzt wieso wird die mal lauter dann sagen wir gleich nochmal bitte wie der sound ist jetzt sagen wir mal bitte das spiel ist eigentlich auch noch wieder zu laut jetzt dann sagen wir gleich nochmal bitte wie der sound ist ok du müsstest auch irgendwas sagen als ja ich weiß ich habe bloß erst gehört ob du und der spiel sound ok ist jetzt habe ich dich nicht mehr gehört so würdest du irgendwas sagen als ja ich weiß ich habe bloß erst gehört ob du und der spiel sound ok also dein spiel sound ist ok die effekte auch deine eigene stimme auch aber ich bin immer noch lauter als du und das spiel zusammen noch lauter ja ich weiß nicht warum ich bin lauter als hier ich trete mich doch nicht so an re r r r r so jetzt vielleicht ich bin schon lauter als hier so ich teste mal ja es ist und ganz viele also ich habe mich jetzt irgendwie immer noch lauter gehört als dich weiß ich nicht aber ich kann mich jetzt nicht noch leiser drehen sonst höre ich dich nicht mehr ich weiß vor allen dingen höre ich mich in deinem stream irgendwie viel weiß nicht viel 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 mehr mit was an wäre wenn ich bei mir auf dem stream gucke ist gar kein bass drin meine stimme ja die erst wahrscheinlich keine ahnung wahrscheinlich irgendeine einstellung ja also du selber bist auf jeden fall gut zu hören na dann ist ja gut ist probie denn schon offline hat er mich jetzt schon überholt ich muss mal nachgucken weiß nicht er war vorhin online hier wir kämpfen ja mal so ein bisschen gegeneinander scheinbar er kam kurz vor dir online stand da in dem chat links 638 ich bin fast die monate gut ich bin nach vorne alles ist gut alles ist schick jetzt kommt er bestimmt online grafikfehler ich bin schon 800 so brauchst du brauchst du steinchen oder brauchst du portale oder was brauchst du also aktuell brauche ich edelsteinchen aufwerten also hast du noch steine ich guck gerade nach zehn stück habe ich noch ich habe heute früh zwei gemacht moment immer ab zu spät misst war ja nun siebziger naja so ganz andere tun ist so ungewohnt danach müsste ich mal einmal noch mal die einstellungen ändern irgendwas irgendwie irgendwann von ihnen als nicht so in ordnung na ja guck dir mal die mini map an sieht ein bisschen aus wie eine gitarre ja gut dafür habe ich keine zeit das geht ja hier auf zweiter ebene ja ich bin schon auf dem weg zur zweiten eben ich gehe gerade durchs portal so bin drin das habe ich nämlich vorhin nachgelesen noch mehr und überlegt meine ringe sind nämlich essen und die edelsteine die da drin sind diesen ist sind sehr wichtig für meinen schaden die da alles ist wichtig für den schaden ja den einen edelstein habe ich aber erst heute morgen zum beispiel bekommen das heißt der ist noch level 0 und bringt mir noch gar nichts und einsatz lustig du brauchst schaden und ich habe einen nein dein headset hatte einen schaden nein ich habe auch nicht ganz ehrlich zu ja jetzt vom headset allgemein ich will nicht stehen auf keinen blut auf das bist du vampir hier oder scheinbar vampire rache ist süß ich möchte diese rache auch mal kennenlernen vielleicht ist ja ganz nett oder schlechte nur ein bisschen hier stehen welche wie viel dings hast du wieviel zähigkeit 29 ich habe 29 ich muss mich bewegen ich habe 34 millionen zähigkeit aber nur wenn ich mich bewege in 30 millionen wenn du dich bewegst wenn ich stillstehe habe ich 17 dafür mache ich mehr schaden wenn ich stillstehe ach so das ist ja auch irgendwie seltsam ja aber das ist noch nicht das set vollkommen oder was von den teilen her schon bis auf wie gesagt die ringe mit den edelsteinen drin irgendwie ist das eine komische kombi weil du musst stehen bleiben für mehr schaden aber bekommst du auch mehr schaden das ist ja ich mein klar du schickst nur deine deine gelebt bräuchte nach vorne ja aber trotzdem irgendwie irgendwie ist das strange hoch ich habe gar nicht die karte gerade gesehen ich glaube ich bin das höchste gegangen jetzt 85 echt auf jeden fall 282 bei 82 ging vor noch mal eine kopfhörer das ist doch mal hier durch die doofen skelette also nicht meine sondern die vom gegner da kommt meteor weg mit dir du zauberst mir kein video auf den kopf vergeltung rache da war eine lange muss man noch zurück gehen ja macht das ja 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 er hatte sich den freund gewundert dass ich streammann habe aber gar nicht da bin aber ich du bist tot ja und wer hat sich jetzt gewundert ich hatte mich auch gewundert ja hier war eigentlich angefangen und dann naja dann habe ich nur noch über eine muschel gehört und ja ja das ist dann natürlich doof ne ich geh mal oben lang da geht es nicht lang oder oder ich weiß nicht kann ich da jetzt mal dran vorbeigehen ne da geht es nicht lang ich werde ihn nicht aktivieren ich benötige Essenz hier ja da hast du übrigens ein Schild ne o stimmt sag das doch sag das doch sag mal doch Ich guck doch da nicht so drauf Gelben Watzen da um dich herum Guckst du deinen Charakter nicht an Wenn du mit ihm sprichst Doch, aber nicht so Intensiv Unsere Beziehung ist noch nicht so weit Nicht? Nein So, ich hab schon ne innige Beziehung zu meinem Charakter Ja, es fehlen noch die richtigen Eheringe, weißt du? Deswegen Achso, ja gut, ich kann gestehen Läuft nicht so gut, sagst du Ohne die Ringe, nicht Ich würde einen Ehevertrag machen Oh Vier Level habe ich schon Wohl, ne, mach keinen Ehevertrag Aber wenn ihr euch trennt, dann bekommst du die Hälfte seines Goldes Kommst du runter hier? Ja, ich wollte nur ein paar Skilette rufen Mensch, du bist aber mutig, geht's die ganze Zeit nach vorne Ich weiß Warum? Weil mein Dings darauf aufbaut Ich muss quasi eine Fähigkeit einsetzen Die aber nur klappt, wenn ich in der Nähe bin Ja gut, dann gehen wir nach vorne Ja, die dauert jetzt wieder zwei Minuten, bis ich sie aufladen kann Außer ich setze meine Skelette ein und die machen Schaden irgendwo Ach da Mach auch teilweise Schaden Achso, Uschi ist er hier Ja Ja, schön auch dich zu sehen und zu hören auf beiden Ohren Wieso? Ging das vorher nicht? Nee Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich dich jetzt im Web gemacht habe Nicht, dass ich hier mit auf einem Mund sitze Oh, Uschi So, mal gucken Werden wir den Stein auf Ich muss aber noch ganz schön oft hier rein Der eine Stein ist auf 0 und der muss auf 35 hoch und der andere braucht noch 9 Level Dann habe ich alle drei erstmal auf 35 Ja, ich muss mal kurz Fenster zumachen Ist ein bisschen kalt Hey Schau mal, guck, was ich da hier gefunden habe Du hast einen Trank hingeschmissen Ja, ja Ein Red Cool Oh, den habe ich noch nicht, die Sorte Gemischt mit Roller Ich glaube, der ist sogar für mein Set notwendig Wollte ich zum Speedwaschen vielleicht Ich packe den jetzt rein, wenn du den nicht willst So, jetzt probiere ich erstmal wegen dem Sound Gut, währenddessen identifiziere ich mal das, was ich gerade bekomme Alaska So, hier ist, glaube ich Die Schüsse sind so, glaube ich, zu laut, ne? Ich denke, das wird so definitiv zu laut sein So laut hatte ich das vorhin ungefähr Mit den anderen Kopfhörern So, die Sprachlautstärke brauche ich nicht mehr ganz so laut Das ist mein Geräusch Hast du was getrunken oder was war das? Da ist, glaube ich, zu laut sein